Was geht, Freunde, der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rocken! Was geht denn da ab, Alter? Wie hat der das gemacht, Mann? Let it go! Oh mein Gott! Vor allem, wenn der Soundeffekt vorher kommt, Junge, da schreckt man sich schon ganz schön mit. Naja, ein paar Schmerzen beim Rutschen müssen sein, sonst ist man nie gerutscht. Das ist mal interessant. Oh, oh. Was? Oh, voll den Löffelbissen rachenig ist schon, Alter. Jetzt hab ich Angst. Aber das ist schon mal. Please. Ach, du armer Hamster. Aber trotzdem was geil. Was geht da ab? Ein Hase, da liegt einfach ein Hase. Ist das jetzt ein Hase oder ist das ein Fisch? Was geht ja ab, Alter? Was bitte war das, Mann? Oh, was ist das? Ja, deswegen sag ich immer wieder, mit vollem Mund isst man nicht. Dann versteht man nichts. Oh! Hat ja gut funktioniert. Oh, oh. Das ist schon witzig, dass die drauf reinfallen, ohne das zu riechen, ne? Ich meine, die müssten das doch riechen, oder? Ah, nee, das ist nicht echt. Das ist elektrisch. Was ist... Ja, nee, das ist auch was sonst. Also, ich sag mal, bestellt keine Fahrräder bei Wisch. Ihr seht, was dann passiert. Oder bei Demo. Und besser wäre, dass ihr bestellt auch keine Rollstuhl. Aber trotzdem noch stabil weitergemacht. Was ist das so? Na, jetzt. Oh, wie ist... Es festen Besen an dem Feld wie ein Besen um. Das war ja... ...Kalifornien. Ich hole. You like it? Yeah. You like it? Yeah. You taking a shit? Yeah. What are you doing? That's good. The fuck? Come out, you little bitch. How big is this thing, bro? Oh, oh. Oh. Wir werden gefilmt. Ich hab keinen Bock mehr. Man nimmt doch eine Katze nicht so. Das tut doch weh. Wenn die noch klein sind, dann geht das. Das machen ja die älteren Katzen auch, ja. Aber wenn die größer sind, dann haben die mehr Gewicht. Dann tut das denen weh. Oh, oh. What? Erschlagen vom Karton. Warum hat der jetzt das aufgebrochen? Das war doch keine Diebe, oder? Weil die filmen sich doch nicht. Das wäre der bescheuert. Na gut, es gibt halt wirklich solche bescheuerten. Warum fährt der da davor? Was? Oh mein Gott, was ist das denn? Ich dachte schon, der hat sich die Lippen aufspritzen lassen, Alter. Wie es manche Frauen machen hier so. So übelst fetter. Ich weiß nicht, was man daran schön findet. Aber jeden das selbst. Nee, jeden das seins. Ich dachte, du beißst jetzt rein. Wie ist es da hochgekommen? Wie kommt es wieder runter? Okay. Ich habe gar nicht gefragt. Was geht da ab, Alter? Oh, Alter. Oh, Alter. Ich habe kein Wort verstanden. Aber trotzdem cool. Hä? Was ist mit der? Äh. Ja, was willst du denn auch denken, Junge? Die Tür geht auf und du siehst es halt einfach nicht? Auf immer schnappt sich so ein Kind einfach was und rennt weg. Was zur Hölle? Naja, dieses Nachgestellte da unten hat es wahrscheinlich 1 zu 1 getroffen. Junge, da sind keine Haare. Was willst du? Oh mein Gott. What the? Was ging da ab? Boah, was ging mit seinem Kopf, Alter? Das fliegt ja bald ab. Hahaha. Ja, gut, okay. Das ist ja nicht echt gewesen. Boah, Alter. Hahahaha. Schnau. Hat ja zu viel Wärmeflaschen Wasser gefressen, Alter. Na, 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 na. Oh, Alter. Alter. Alter Junge, die Seele hat kurz ihr Körper verlassen, Alter. Aber noch stabil, oh mein Gott. Alter Junge. Ey, gibt es solche ferngesteuerten Vogelspinnen? Das wäre echt geil. Viel Spaß beim Zaubermachen. Perfekt getroffen! Oh, Mann! Das ist gut! Das ist gut! Habt ihr einen Hund, der einen Kacka tut? Ich dachte immer, das Biberbrüder, das sind Katzenbrüder jetzt. Okay. Ey! Back up! Back the fuck up! Ma! Come get the fucking kangaroo! Hey! 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 It's okay! Hey! It's okay! Back up! Ma! Ah! Get the fuck off me, you motherfucker! Ma! Alter! Just a tranquilizer for the kangaroo! Junge, der hat aber gemeckert, Mann. Haha, das war krass. Geil, Alter! Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. travelled bei 4. HoppTwo! 登 speaks. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!